Einfach mal raus! Der Podcast für Kurzreisen und Ausflüge in der Metropolregion Hamburg. Von Dittmarschen bis in die Heide und das Wendland. Von Cuxhaven und Rotenburg an der Wümme bis an die Ostseestrände und den Plauer See. Wir erzählen die schönsten Geschichten und geben Tipps für eure Auszeiten vom Alltag. In Zusammenarbeit mit den Ausflugsregionen der Metropolregion Hamburg. Und damit Moin und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Andreas Wurm und starte auch heute wieder mit euch zusammen auf einer Entdeckungsreise hier in der Metropolregion Hamburg. Sie ist eine der buntesten, schönsten und wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Über 1000 Orte, 20 Landkreise und kreisfreie Städte. Die Metropolregion Hamburg erstreckt sich über Teile der vier norddeutschen Bundesländer. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Urbanes Großstadtflair und sanfte Hügel, mächtige Kreuzfahrer und idyllische Seen und Flusslandschaften, Küste und endlos lange Strände, Herrenhäuser und Schlösser. Kaum eine andere Region Deutschlands bietet so viel Lebensqualität, aber natürlich auch Ausflugs- und Urlaubsmöglichkeiten wie unsere Metropolregion. Wie in jeder Folge lassen wir euch auch heute hören, wie vielfältig sie ist. Wir hier im Norden essen viel und gerne Fisch. Oft machen wir uns aber wenig Gedanken, woher der Fisch kommt und unter welchen Umständen er gezogen, gefischt oder vor allem zu euch in die Geschäfte oder in die Restaurants transportiert wird. Ich habe mich auf die Suche nach Menschen gemacht, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen und nach Lösungen suchen oder bereits welche haben. Mein erster Gesprächspartner ist Rupert Bauer. Er hat mit Fisch, insbesondere mit Garnelen, eigentlich nichts am Hut, außer sie selbst hier und da gerne zu essen. Aber er ist Ingenieur und macht sich Gedanken, wie man die Zucht von Garnelen nachhaltig und ökologisch sinnvoll gestalten kann. Dazu hat er sich Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen zusammengeholt und etwas ganz Besonderes, ja sogar Einzigartiges hier bei uns in der Metropolregion geschaffen. Was jetzt folgt, sind wirklich spannende Einblicke und Gedanken. Unser Unternehmen Hanse Garnelen mit Sitz in Glückstadt produziert als mittlerweile drittgrößte Anlage für Klarwasser-Kreislaufanlagen weltweit die saubersten und nachhaltigsten Garnelen, die man sich so wünschen kann. Die saubersten deswegen, weil wir die Einzigen sind, die das Wasser auch gegen Mikroplastik filtern, Mikroplastik und Ultraplastik filtern, sodass unsere Garnelen mit Sicherheit sogar sauberer sind als Wildfang-Garnelen. Wobei es Wildfang-Garnelen auch gar nicht mehr so häufig gibt, sondern ein Großteil der Garnelen, die man so bekommt, sind Zuchtgarnelen. Ja, und sowohl Wildfang- als auch Zuchtgarnelen sind unter sehr, sehr fragwürdigen Umständen nach Deutschland gekommen, wenn man sich das anschaut. Der Beifang bei Wildfang-Garnelen ist ungefähr Faktor 10 im Vergleich zu dem, was man selber rausfischt. Für eine Tonne Garnelen im Wildfang werden drei Tonnen Diesel verfahren, also der CO2-Fußabdruck ist immens, schon nur für das Fangschiff und dann sind die noch irgendwo in Südamerika oder in Ostasien. Genauso die Aquakultur, bis die bei uns ist, da haben die einen gewaltigen CO2-Fußabdruck und wie die Aquakultur läuft mit Antibiotika und so weiter, das ist ja hinlänglich bekannt. Und genau das wollten wir eben anders machen und haben uns überlegt, wie das gehen kann. Und ich bin überzeugt, wir stellen erstens den Stand der Technik dar weltweit und zweitens haben wir die saubersten Garnelen, die es gibt. Und die mit dem geringsten CO2-Fußabdruck. Ja, denn Sie haben es gerade schon gesagt, also die wichtigsten Herkunftsländer für Zuchtgarnelen sind Ecuador, China, Indien, Vietnam, Indonesien, auch Thailand, Madagaskar. Also die haben wirklich weite Wege, um dann letztlich bei uns auf dem Tisch zu landen und dem schieben sie quasi einen Riegel vor und machen es deutlich besser. Gehörte dazu viel Mut? War das etwas, wo man sagt, okay, da müssen wir gucken, wie wir das alles hinbekommen, dass wir es auch wirklich so nachhaltig auf die Beine stellen? Oder sind wir, wir als Europäer, so weit technisch, dass das eigentlich gar kein Problem darstellte? Ja, als erstes mal möchte ich in einem Punkt widersprechen. Wir schieben keinen Riegel vor. Also es werden in Deutschland 60.000 Tonnen Garnelen jedes Jahr gegessen. Wir produzieren in einer Größenordnung von 100 Tonnen. Da sind wir ein ganz, ganz kleines Licht. Was wir aber zeigen wollen, ist, dass wenn wir in Zukunft 10 Milliarden Menschen auf der Erde haben und wir die ernähren wollen, dass es schon Möglichkeiten gibt, auch gesund und umweltschonend Lebensmittel mit hoher Qualität zu produzieren. Und das ist das, was wir beispielgebend machen. Ich bin von Haus aus erst einmal Ingenieur und bin einfach auf den Trichter gekommen und habe mir überlegt, wenn wir 10 Milliarden Menschen ernähren wollen, dann müssen wir andere Methoden finden. Es gibt schon Kreislaufanlagen für Garnelen, die funktionieren mehr schlecht wie recht. Wir haben uns das angeschaut, haben es verbessert, nach dem, was ich als verfahrenstechnischer Sicht besser machen will. Und wir haben jetzt eben beispielgebend eine große Anlage vor den Toren Hamburgs in Glückstadt, bei der wir quasi CO2-neutral wirklich saubere Garnelen produzieren. Und um die einfach nochmal abzugrenzen gegenüber dem, was man sonst so im Beutel kauft. Unsere Garnelen schauen gleich aus und das ist eigentlich genau die Schwierigkeit, die wir haben. Der Unterschied zeigt sich für den Verbraucher erst in der Pfanne. Unsere Garnelen kommen in die Pfanne und kommen genauso groß wieder raus. Wenn man die Garnelen irgendwie vom Discounter nimmt und tut die in die Pfanne, dann hat man nach zwei Minuten Fischsuppe und kriegt nach zehn Minuten ungefähr ein Drittel als Garnele wieder zurück und kaut dann eigentlich drauf rum wie auf eingelegte Ratiergummi. Weil der Geschmack einfach rausgeht. Die Garnelen, bis die bei uns im Discounter im Laden sind, sind da teilweise eineinhalb Jahre vergangen und teilweise sind sie ausgepresst und dann wieder aufgespritzt und teilweise sind sie sechsmal eingefroren und wieder aufgetaut. Also was man da als Garnelenprodukte isst, das ist eigentlich wirklich katastrophal. Das reicht eigentlich nur nicht einmal mehr als Tierfutter. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil. Sie geben sich als Titel sozusagen, als Subclaim, wie man so schön sagt, natürlich regional und frisch. Wir wollen ja von Produkten aus der Metropolregion Hamburg berichten und regional ist da ganz wichtig. Aber auch die Frische ist wichtig, denn bei Ihnen wird nichts eingefroren, richtig? Das ist richtig. Also wenn Sie bei uns als Privatverbraucher bestellen, dann bestellen Sie bis Mitternacht. Am nächsten Tag in der Früh fischen wir die Garnelen ab, kühlen die schnell runter, damit die Kühlkette erhalten bleibt und reinigen die ein bisschen. Und dann werden die verpackt in einer nachhaltigen Verpackung. Die können Sie fast komplett auf den Kompost schmeißen oder in den Papiermüll. Und 24 Stunden nach der Ernte haben Sie die bei sich zu Hause. Also frischer geht wirklich nicht mehr. Und das ist eine Qualität, die kann man einfach besser gar nicht mehr erwarten wollen. Und viele große namhafte Köche haben eben auch schon das Ganze festgestellt. Und Sie beliefern, Sie können sagen, also in der Sterneküche sind Sie durchaus auch zu Hause. Da sind wir durchaus auch zu Hause. Das ist aber eigentlich, sagen wir mal, der Leuchtturm nach außen, weil da schaut man mal hin. Und dann muss man sich aber schon überlegen, kann ich mir das selber gönnen oder möchte ich mir das gönnen im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes. Und das geht. Tatsächlich, natürlich ist unser Kilopreis vielleicht ein bisschen höher als die Tüte beim Discounter. Aber wenn man sich überlegt, dass man beim Discounter aus der Pfanne nur ein Drittel zurückkriegt, muss man den Preis erstmal verdreifachen. Und dann kann man die Qualität vergleichen. Eineinhalb Jahre unterwegs oder 24 Stunden, das ist halt schon mal ein Unterschied. Und wenn wir selber ausliefern, wir fahren mit einem Elektrofahrzeug, das eben nicht über irgendwelche Kraftwerke betrieben wird, sondern wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und wir fahren klimaneutral. Sie sagen es gerade selbst, das ist ein Leuchtturm nach außen. Über die Qualität brauchen wir uns erstmal nicht zum Thema zu machen, das wissen wir. Das große Thema ist allerdings, wie man es schafft, sowas bei uns im Norden, sagen wir jetzt, in Glückstadt auf die Beine zu stellen. Sie sind ein Startup. Das war sicherlich nicht ganz einfach, oder? Das ist sicher nicht ganz einfach. Das ist tatsächlich so, dass in Deutschland Gründungen oder die Initiative, Dinge zu tun, die vorher noch niemand getan hat, nicht wirklich gut ankommt und gefördert wird. Wir sind auf uns privat gestellt. Aber doch erfolgreich, denn Sie haben es jetzt geschafft, das Produkt in den Markt zu bringen, die Marke auch schon ein Stück weit zu etablieren. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das für Sie auch immer weitergeht und weitergeht. Stagnation kennen Sie wahrscheinlich jetzt erstmal nicht, denn Sie haben es auf die Beine gestellt und wollen jetzt auch was draus machen. Das ist vollkommen richtig. Und zwar ist es bei mir persönlich so, dass ich natürlich sehr gerne diese Anlage gebaut habe und auch diese Anlage sehr gerne betreibe. Aber ich bin von Haus aus erstmal Ingenieur und nicht Verkäufer von frischen Garnelen. Das heißt, für mich muss es weitergehen und das ist für mich einfach der Showcase oder die Beispielanlage, die Investoren dazu bringen soll, überzeugt zu sein, dass einfach so eine Technik die richtige Technik für die Zukunft ist. Und das, was wir da auf die Beine gestellt haben, das geht eben nicht nur für Garnelen, sondern das geht für sehr viele andere Fischarten auch. Das geht fast für alle, es sei denn, Sie haben riesengroße Schwärme, also Hering kann man nicht machen oder Sie haben ein Vermehrungsverhalten, das nicht beherrschbar ist. Beispielsweise Aal vermehrt sich bei 800 bis 1200 Meter Tiefe, den werden wir so schnell nicht reproduzieren können. Und schnell schwimmende, einzelschwimmende Räuber wie beispielsweise Thunfische, die gehen in solchen Anlagen nicht. Aber sehr, sehr viele andere Fischarten gehen und sinnvoll wäre, das Ganze auch nicht nur in Hamburg zu machen oder im Raum Hamburg zu machen, sondern eigentlich dort, wo eine Anlage dieser Größenordnung und dieser Qualität hingehört, wo man mit einem deutlich niedrigeren Invest deutlich mehr rauskriegen kann. Ganz einfache Erklärung, bei uns haben wir eine Halle, die müssen wir im Sommer kühlen und im Winter müssen wir es heizen. In Mexiko ist das ganze Jahr das gleiche Klima, da mal im Winter das Fenster zu und im Sommer auf und ansonsten war ja Wellblechhütte und kein solides Gebäude. Insofern wäre in einem Land wie Mexiko die Investition ein Fünftel. Gibt es da schon Gedankenspiele, gibt es vielleicht sogar schon Interesse? Ja, es gibt Interesse bei den Investoren. Wir wollen natürlich jetzt erst mal sehen, dass auch dieses Projekt wirtschaftlich erfolgreich ist. Wir sind jetzt gerade am Start. Das ist bei jedem Startup so. Am Anfang muss man mal investieren und die Entlohnung dieses Invests und dieses Engagements kommt dann hinterher. Wir sind jetzt da gerade in der Startphase, aber sobald wir schwarze Zahlen schreiben, haben die Investoren schon gesagt, sie sind absolut überzeugt von dem Konzept und wollen dann weiter investieren. Und zwar nicht unbedingt in Garnelen, sondern auch in andere Fischarten. Ja, aber Wahnsinn. Jetzt starten wir erst mal mit Garnelen, mit einer Aufzucht im Zeichen des Klimawandels, modern ökologischer Aufzucht. Lassen Sie uns darüber noch so ein kleines bisschen sprechen, denn Sie sagen, Sie sind von Haus aus Ingenieur. Deswegen ist es interessant, wie Sie das genau gemacht haben. Also wie müssen wir uns das bei Ihnen auch vorstellen? Es ist sicherlich auch spannend zu sehen und jetzt vielleicht so ein kleines Bild zu erzeugen. So Kino im Kopf für unsere Zuhörenden, die dann garantiert auch mal die Hansegarnele probieren. Das würde mich natürlich freuen, wenn wirklich alle Zuhörer mal probieren. Aber ich kann alle davon überzeugen, wenn sie es probieren, sie werden keine andere mehr essen. Das ist vielleicht noch ein Punkt zur Qualität, den ich vorausschicken möchte. Wenn wir auf Messen sind oder unsere Garnelen verkosten, dann fragen sehr viele Leute, was ist denn das für ein Gewürz? Das ist gar kein Gewürz. Das ist neutrales Öl und ein paar Körnchen Salz. So schmecken einfach Garnelen. Der normale Garnelengeschmack ist den meisten Leuten einfach nicht mehr bekannt. So, das was ökologisch ist bei uns, ist, dass wir beispielsweise CO2-neutral sind, weitestgehend. Unsere Garnelen schwimmen in Wasser mit 29 Grad Temperatur. Das heißt, wir müssen Wasser aufwärmen. Das machen wir erstens über die Photovoltaikanlagen und dann mit Wärmepumpen. Und zweitens sind wir in der Nachbarschaft der Papierfabrik Steinbeiß. Steinbeiß hat warmes Wasser zum Kühlen der eigenen Prozesse. Und dieses warme Wasser verwenden wir für unsere Garnelen. Das heißt, wir reduzieren deren CO2-Fußabdruck, weil die mussten das vorher zum Einleiten runterkühlen. Das heißt, die mussten unter Energieaufwand Energie vernichten, weil man mit niedrigkalorischer Energie kaum was anfangen kann. Also eigentlich völliger Blödsinn. Und diesen Blödsinn lösen wir auf. Wir nehmen denen das warme Wasser ab. Wir brauchen dafür kein CO2-Aufwenden und reduzieren deren CO2-Fußabdruck. Das ist Punkt eins. Punkt zwei. Wir haben keine Transportwege für fast nichts. Wir beziehen auch unser Futter und so weiter nach Möglichkeit regional. Das heißt, wir haben auch von diesen Transport-Logistik-Dingen wenig Umweltbelastung. Und wir brauchen nahezu kein Wasser. Die weltweite Statistik, die stimmt nicht für Schleswig-Holstein und Hamburg. Die weltweite Statistik sagt, pro Kilo Rindfleisch braucht man ungefähr 15 bis 16 Kubikmeter Wasser. Wir brauchen für ein Kilo Garnele zwischen 30 und 50 Liter Wasser. Das heißt, wir sind da in der Größenordnung Faktor 300 bis 500 besser als der weltweite Durchschnitt. Schleswig-Holstein ist anders. Schleswig-Holstein hat man ungefähr ein Kubikmeter Wasser pro Kilogramm Garnele. Aber es ist auch noch einfach wesentlich mehr pro Kilo Rindfleisch als bei uns bei einem Kilo Garnele. So, dann hat unsere Anlage für jedes Becken eine dem Becken zugeordnete Kläranlage. Das heißt, unser Wasser geht immer im Kreislauf und wird biologisch gereinigt. Dadurch, dass es biologisch gereinigt wird und das ein bakterieller Prozess ist, verbietet sich bei uns von selbst, dass wir Medikamente einsetzen. Wir können das nicht tun, weil wenn wir das tun, ist unser Kreislauf kaputt. Und bis der Kreislauf wieder zum Leben erwacht ist in voller Höhe, die Bakterien wachsen langsamer als die Garnele, vergehen zwei Jahre. Das heißt, ich kann definitiv keine Medikamente einsetzen und wir wollen es ja auch nicht. So, und dadurch, dass wir eben das Wasser im Kreislauf führen, haben wir diesen ganz extrem geringen Wasserverbrauch. Jetzt haben wir noch einen Reinigungsschritt des Wassers, der außerhalb des Beckens stattfindet. Und da führen wir das Wasser aus allen Becken zusammen. Und dann führen wir es wieder zurück. Wenn wir jetzt da Bakterien oder Viren drin hätten, die die Garnelen gefährden würden, würden wir die auf alle Becken verteilen. Damit das nicht passiert, filtern wir unser Wasser mit einer Ultrafiltration. Das heißt, wir filtern das Wasser mit einer Maschenweite von ungefähr 25 Nanometer. Das ist ungefähr ein Zwanzigstel der Wellenlänge von sichtbarem Licht. Und damit feinmaschiger als alle Bakterien und Viren. Und damit haben wir unser Wasser mechanisch und nicht chemisch desinfiziert. Und gleichzeitig filtern wir damit auch das ganze Mikroplastik raus. Und deswegen behaupte ich mit Fug und Recht, unsere Garnelen sind sauberer als die Garnelen aus dem Meer. Herr Bauer, haben Sie sich das alles ausgedacht? Nein. Ich habe das Denken koordiniert. Ich selber bin, wie gesagt, Ingenieur. Aber ich habe durchaus auch Biologen und Umweltbiologen und Fischwirte und so weiter in meinem Team. Und sowas ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Das denkt sich nie ein Einzelner aus. Wer das behauptet, lügt. Ich frage das nur, weil sich das so genial anhört. Das könnte den Markt, ich will nicht sagen revolutionieren, wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber Sie haben es eingangs schon gesagt, wenn man dann auch an speziellen Standorten, und ich rede jetzt nicht von der Metropolregion Hamburg, wir freuen uns, dass wir das darin haben. Aber es gibt andere Standorte und wir und die Menschen sind ja auch gesunde. Also Garnelen sind gesund. Das könnte man natürlich, und Sie sagen es auch auf andere Lebewesen, auf andere Tiere übertragen. Das könnte doch auch den Lebensmittelmarkt revolutionieren sozusagen. Zumindest sollte es ihn mal positiv beeinflussen. Das ist schon tatsächlich unsere Absicht, dass in dem Regal Standardware liegt. Und gute Ware von uns, die mit Sicherheit auch ein bisschen höheren Verkaufspreis hat. Aber man kriegt es auch mehr aus der Pfanne wieder raus. Und auf die Dauer setzt sich Qualität einfach durch. Und das ist nicht nur bei Garnelen so. Im Übrigen, das was wir auch hier in der Anlage haben, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern jetzt haben wir die Produktion der Garnelen. Wir haben immer noch ein bisschen Abwasser, wo ein bisschen Nitrat und Nitrit drin ist. Das können wir aber immer noch erstens mal als Dünger verwenden und zweitens damit Algen produzieren. Zum Beispiel. Und die Algen sind zunehmend anerkannt als Lebensmittel und werden auch als Salat verkauft. Das heißt, damit können wir dann den Kreislauf nochmal ein Stück weiter schließen. Wir können mit den Algen auch unser eigenes Futter dann wieder herstellen und solche Dinge. Das heißt, den Kreislauf kann man immer erweitern und gegenüber der Umwelt immer weiter neutralisieren, sodass man irgendwann einmal sozusagen eine Biosphäre aufgebaut hat, wo ein bisschen Jungtiere, ein bisschen Futter reinkommt. Und ansonsten kommen gute Garnelen raus, aber sonst keine weiteren Abfälle. Und das ist eigentlich mein ingenieurmäßiges Ziel. Und das finde ich genial mit meinem laienhaften Blick darauf. Aber ich finde es wirklich genial, weil darauf muss man erst einmal kommen. Wie nehmen das die Menschen an? Es ist schön, dass es das gibt. Man merkt, dass die Gourmet-Restaurants natürlich auch auf dieser erstklassigen Ware stehen. Wie wird es von den Menschen angenommen? Denn man kann es bei ihnen ja auch so bestellen und sich das ganz, ganz frisch gekühlt nach Hause liefern lassen. Momentan sind wir tatsächlich bei Leuchtturmprojekten unterwegs und im Online-Handel und zunehmend eben auch im Lebensmitteleinzelhandel. Wir werden sehr wohl in den bekannten Märkten mit höherer Qualität irgendwann unterkommen und auch Fischläden. Und ich möchte gerne eigentlich auch in Hamburg auf dem einen oder anderen Fischmarkt mal auftauchen. Das wäre ein schönes Ziel natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörern, die ja auch aus der ganzen Metropolregion kommen, aber natürlich auch aus der Hansestadt selbst. Und dass man für gute Lebensmittel mehr Geld ausgeben sollte, ja muss, wenn es nachhaltig sein soll. Darauf haben wir schon in vielen Podcasts hingewiesen und sensibilisiert. Und haben Sie auch das Gefühl, dass das mittlerweile bei den Menschen zumindest in Teilen angekommen ist? Ja, wenn die Qualität so hoch ist und die Nachhaltigkeit so hoch ist, dass man das auch im Geschmack wiederfindet, dann ist das tatsächlich so. Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil von Vielfachbestellern. Ja, und dann kann man ja nur mal hoffen, dass sich das auch natürlich kommuniziert. Wir wollen natürlich auch mit dem Podcast ein Stück weit dazu beitragen, dass sich der Geschmack letztlich, aber vor allem jetzt auch die Idee und die Thematik weiterträgt, dass man bei Ihnen bestellen kann. Und all das, was man dazu wissen muss, gibt es natürlich auch in unseren Shownotes. Da haben wir alle Kontaktdaten und Informationen dazu verlinkt. Sie haben, und das haben wir jetzt schon in den letzten Minuten festgestellt, eine Menge Ideen im Kopf, eine Menge Möglichkeiten. Wie wird es bei Ihnen zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei Glückstadt, wie wird es in Glückstadt weitergehen? Wird da noch größer gebaut? Gibt es da noch Möglichkeiten, dass die da jetzt noch vor Ort noch expandieren? Was haben Sie als nächstes auf dem Zettel stehen? Das direkt Nächste, was wir auf dem Zettel stehen haben, werden wir diesen Sommer schon beginnen. Und das ist tatsächlich die Algenzucht in kleinem Maßstab, um einfach zu verifizieren, wie sich das erweitern lassen würde. Ob und wie das in Glückstadt dann in großem Maßstab realisiert werden kann, das weiß ich noch nicht. Das Grundstück neben uns ist aber grundsätzlich verfügbar. Das klingt ja schon mal gut und wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie Ihre Ideen umsetzen können. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Es hat wahrscheinlich auch ein bisschen Mut dazu gebraucht, das Ganze so umzusetzen. Aber die Idee ist es wert und ich glaube, es gibt viele, die auch darauf gucken und vielleicht ja auch einen Nachahmungseffekt dann irgendwie haben. Oder Sie Ihre Idee dann noch weitergeben können. Das würde ich gerne machen. Es stimmt, es gehört ein wenig Mut dazu. Ich habe jahrelang kein Geld verdient und bin eigentlich wirklich Überzeugungstäter. Ich hätte mir wenige Monate nach der Gründung ansonsten eine andere Arbeit zu tun müssen. Aber ich war jahrelang überzeugt und habe jahrelang um Investoren gekämpft mit dieser Idee. Jetzt bin ich Gott sei Dank dann gewisserweise ans Ziel gekommen. Jetzt habe ich den Showcase und jetzt kann es weitergehen. Es ist wirklich bemerkenswert, wie durchdacht diese Anlage ist. Wir kommen übrigens später nochmal auf die Garnelen von Hansegarnelen zurück. Die Fischerei ist ein alter Handwerksberuf und noch immer gibt es ihn, wenn auch deutlich weniger als noch vor Jahren. Aber auch in unserer Metropolregion verdient man heute noch sein Geld damit. Und deswegen habe ich mich mit einer Fischerin aus dem Sternberger Seenland zwischen Schwerin und Güstrow gelegen verabredet. Pauline Rettich führt gemeinsam mit ihrem Vater und einem kleinen Team in dritter Generation einen Fischereibetrieb. Ihr werdet im Hintergrund immer mal Geräusche oder Stimmen hören. Ich habe Pauline im Arbeitsalltag getroffen und da ging es im Büro eben ein bisschen drubelig zu. So ist das halt. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, was sie am Beruf der Fischerin schätzt. Ich habe hier meine Natur. Ich bin jeden Tag draußen. Das ist natürlich im Sommer meistens schöner als im Winter, aber auch das hat meine Vorzüge. Und ich habe für mich persönlich das Gefühl, dass ich hier noch ich selbst sein kann. Hier kann ich meine Gummistiefel tragen und aufs Wasser fahren. Ich bin natürlich auch im Verkauf. Ich habe auch mit Leuten Kontakt. Das heißt, diese soziale Ebene ist ja nicht grundsätzlich weg. Man hat sie ja trotzdem. Und das vereint hier irgendwie alles, was mir persönlich gefehlt. Das ist natürlich bei jedem anders. Welchen Fisch fangt ihr denn? Es gibt ja viele, die überhaupt keine Ahnung haben, welche Fische es bei uns in der Region überhaupt noch gibt. Also welche Fische befinden sich in der Sternberger Seenlandschaft? Also das ist immer von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich. Also wir haben ja ein sehr trübes Gewässer, das immer auf einen hohen Nährstoffgehalt hindeutet. Darüber sind wir sehr froh. Die Urlaube eher nicht so. Die möchten natürlich klare Wadeseen haben. Wir haben hier Zander drin. Hecht, Wels, Schlei, Karpfen. Obwohl wir den besetzen wir ja, den Karpfen. Das ist kein einheimischer Fisch in dem Sinne, weil er sich hier nicht vermehrt. Ja, Aal natürlich. Barsch. Also wir können uns nicht beklagen. Wir fangen eigentlich auch recht gut. Wenn man das immer schön nachhaltig betreibt, die Fischerei, dann gibt es da auch keine Schwierigkeiten. Irgendwie, dass da was wegkommt oder zu wenig. Und das ist dann alles noch da, so wie es soll. Lass uns doch mal Anteil haben an so einem klassischen Arbeitstag. Wie sieht das bei dir aus? Wann musst du, also man kennt das ja immer von der Landwirtschaft. Man muss früh raus, man muss die Tiere versorgen etc. Jetzt ist das ja auch ein handwerklicher Beruf. Wie sieht so ein klassischer Arbeitstag aus? Wann fängt man am besten die Fische und wie schaut das dann aus? Erstmal, wir müssen Gott sei Dank unsere Tiere nicht versorgen. Die fressen ja bei uns nicht mehr, wenn wir sie hellden. Also ich stehe meistens halb sechs auf. Einfach, weil ich auch noch kleine Kinder habe. Die muss ich dann auch wegbringen. In der Zeit fängt aber meistens mein Kollege so zwischen vier und fünf schon an mit dem Räucheln. Für den Tag, also wir räuchern jeden Tag frisch. Und den Fisch zum Räucheln, den bereiten wir einen Tag vorher zu. Also den schlachten wir. Wir wissen ja dann ungefähr, was wir für den nächsten Tag brauchen. Salzen das über Nacht ein. Und dann wird der nächste Morgen in den Ofen gehangen. Und mit dem Fang ist das so, wir haben Reusen drin. Die kontrollieren wir jeden zweiten Tag. Und mit Netze, dann stellen wir ja noch Netze, Stellnetze sind das. Und das müssen wir wetterabhängig machen. Wenn es sehr heiß ist, macht man das einfach nicht. Man kann es machen, aber es ist eigentlich nicht produktiv. Weil die Fische schwimmen ja in das Netz rein, erschrecken sich, kommen nicht mehr raus und versuchen sich natürlich zu befreien. Das ist dann bei über 30 Grad einfach eine totale Quälerei. Also lässt man es eigentlich. Deswegen stellen wir die Netze immer so, dass es passt. Von den Temperaturen, denn natürlich auch auf die Schonzeiten abgeglichen, wenn es zu stark windig ist, machen wir es auch ungern. Es gab schon Unfälle, viele schlimme Unfälle, auch mit Todesfällen in den bekannten Fischereien, auch die wir kennen. Denn das klemmt man sich einfach. Da muss man das wirklich, viele Gegebenheiten müssen stimmen, damit man das denn macht. Und natürlich auch nicht willkürlich. Wenn wir jetzt Hecht brauchen, dann stellen wir eben Hechtnetze. So einfach ist das. Und zu Weihnachten, Silvester sind es dann eher die Karprennetze, die wir stellen. Und Hochnetzfischerei machen wir auch noch mit einer großen Wade, so heißt das Netz. Das kennt man auch so aus der Hochseefischerei. Natürlich viel, viel größer. Unsere Wade ist natürlich viel kleiner mit so einem Sack hinten dran. Das zieht man dann mit zwei Booten zusammen. In der Hoffnung, dass hinten dann ganz viel Fisch drin ist. Das wäre am besten, ja. Aber das ist ja wirklich interessant. Es gibt für die unterschiedlichsten Fischarten dann eben auch unterschiedlichste Netze, die ihr dann auslegt. Und das bedeutet eben, dass ihr da gar nicht die ganze Zeit, wie man das so kennt, dass man mit rausfährt und dann irgendwas dahinterher zieht. Sondern das macht das Ganze dann auch schon mal von alleine. Und ihr müsst abends nur dann die Netze wieder einholen, ne? Ja, genau. Also wir stellen die Netze meistens spätabends und holen sie morgens früh rein. Weil das einfach am, ja, da ist auch nicht so viel los auf dem See. Also wenn man jetzt, man kann auch tagsüber stellen, das ist auch kein Thema. Aber wir haben ja ein relativ kleines Gewässer. Da verläuft sich das nicht so. Und wenn man dann natürlich hier im Sommer auch viele andere auf dem Wasser hat, Boote, dann bringt das unnötig Unruhe rein. Und deswegen versuchen wir das dann immer nachts zu stellen. Und je nachdem, was wir für Fische haben wollen. Wenn du Barsche fangen willst, dann stellst du ein kleinmaschiges Netz. Und wenn du natürlich große Karzen haben willst, dann stellst du ein großmaschiges Netz, dass die kleinen Fische dann durch die großen Maschen durch können. Das ist dann so, dass sich das selber selektiert quasi. Und du dann deinen Zielfisch optimal fängst, ne? Das wäre am schönsten. Du merkst schon, ich habe mit der Anglerei ganz, ganz wenig zu tun. Ich bin maximal Konsument am Ende. Geht dir das ganz häufig so, dass Menschen kommen und das super interessant finden? Gerade auch, wenn sie dich sehen. Also jetzt sind wir in einem Podcast, da hört man dich nur. Aber eine junge Dame, eine hübsche Dame, wenn ich das so sagen darf, von der man gar nicht vermuten würde, dass sie Fischerin ist. Ja, das geht mir oft so. Das denken die Leute nicht. Ich glaube, viele denken auch, dass ich hier nur die Verkäuferin bin. Aber ich habe es tatsächlich gelernt. Also ich habe den Beruf nochmal neu erlernen müssen. Sonst hätte ich den Betrieb auch nicht weiterführen dürfen. Und ja, für die Leute, gerade für die, die aus der Stadt kommen, ist das natürlich super interessant. Aber viele denken halt auch wirklich, oh, du fährst hier jeden Morgen raus. Und so ist es eben nicht. Du fährst so raus, wie du es brauchst. Ich brauche hier nicht jeden Morgen Fischfahren, wenn ich eigentlich alles da habe. Das ist ja völliger Schwachsinn. Der stirbt mir weg. Dafür ist es nicht gedacht. Aber das ist so dieser Glaube. Und da steckt noch so viel anderes dahinter. Ich muss ja auch die Ferienbohnen, das müssen wir auch machen. Die müssen wir sauber machen. Wir müssen die Gäste empfangen. Dann haben wir hier ja auch ein paar Billionen, wo die Leute essen können. Also keine wahre Küche, aber die können sich natürlich dorthin setzen. Der muss sauber sein. Es fängt dann an mit den Toiletten auf dem Hof. Dann hat man natürlich hier auch Rasenfleche und Beete. Das hört sich immer alles so blöd an, aber das muss natürlich alles gepflegt werden. Das ist nicht nur einfach. Ich mache jetzt hier mein Fenster auf und verkaufe jetzt hier mal drei Fische. Wir haben hier auch ein Holzboot. Wir machen so Bootsfahrten mit Truppen. Das muss in Ordnung sein. Du hast auch deine ganzen kleinen Ankers, die du vermietest. Das sind so kleine Ruderboote. Die müssen auch tippitoppi sein. Wenn es geregnet hat, musst du die leer machen und so weiter und so fort. Und das kommt alles zusammen. Und zwischendurch, so wie eben gerade, kommt dann auch noch Ware, weil wir eben nicht alles selber produzieren. Die musst du dann noch prüfen, ob das alles in Ordnung ist. Und ja, so ist dann eben so ein Tag. Lass uns mal über Qualitäten sprechen. Denn man sagt immer, man soll Produkte aus der Region kaufen, regional, saisonal. Das ist sicherlich bei euch ja auch ein Thema. Ich meine, die Menschen kommen zu euch, weil sie auch vertrauen. Man vertraut auf die Qualitäten. Macht es den Fisch natürlich auch die Region ganz besonders aus? Also besser, als wenn man ihn von der Ferne irgendwo ankart? Also ich denke mal, dass die Qualität vom Fisch, die triffst du auch woanders. Ich denke mal, auch im Ausland. Aber bei uns ist es so, es gibt auch Forelle und Saibling, weil die sich ja hier im Binnengewässer gar nicht vermehren. Die hole ich zum Beispiel von Neubrandenburg. Beziehungsweise werden mir die gebracht, auch heute wieder. Da geht es mir einfach um den Stress der Tiere. Also je länger die in so ein Bottich da hin und her gefahren werden, umso stressiger ist das ja für die. Das ist ja nicht deren Element. Also das Wasser zwar schon, aber nicht in so einem Ding da eingesperrt zu sein. Und um das einfach zu vermeiden, versuchen wir das regional zu beziehen. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass wenn man sich welche aus Polen oder Dänemark holt, dass die nicht genauso qualitativ sind. Da ist mir einfach der Weg zu weit. In den regionalen, mit den Saisonen, Saisonen, ja, das ist auch ein Zungenbrecher. Es ist so, da haben wir auch Fische, die wir selber gar nicht fangen. Die kriegen wir dann auch von anderen Fischern, denn zum Beispiel aus Schwerin, ne? Pannen die denn vor uns, wie zum Beispiel die Mariener, ne? Das ist so ein Saisonfisch. Das geht jetzt zu Ende. Aber die bekommen wir dann immer schon auf Eis, weil sie die mit Stellnetzen fangen und dann holen wir uns die da auf Eis, ja. Man denkt ja immer Menschen, die mit Tieren arbeiten, die ihr Geschäft natürlich auch mit Tieren und von Tieren beziehen. Ist das so, dass die eine ganz spezielle Verbindung zu den Tieren haben, sage ich mal. Wenn ich das jetzt so höre, habe ich auch das Gefühl, dass ganz viel Respekt auch vor dem Produkt eben mit dabei ist und dass man sehr genau, also dass man nicht nur Fische fängt, sondern dass man sehr genau auch darauf achtet, wie man es tut und dass es den Tieren dabei immer noch gut geht. Wenn man das so sagen kann. Ja, das ist so. Also ich betrachte das Nebelwesen, was ich ja in dem Moment vor mir habe, das ist ja schon mein Nahrungsmittel, das ernährt mich, meine Familie ja letztendlich auch, indem ich es verkaufe. Aber am Ende hat es auch für mich gelebt, ne. Das muss man immer, darf man nicht vergessen. Also deswegen finde ich das ganz schlimm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Angler sehe, ist mir auch schon persönlich passiert. Das war nicht so schön, der dann einfach den Fisch fängt und ewig lange auf dem Land zappeln lässt. Also da gehört er nicht hin, das ist Quiererei und deswegen machen wir das auch so, wie wir schlachten oder töten die Fische immer schnell und schmerzfrei, ne. Das ist wichtig einfach, weil mir der Fisch dann auch ein Stück weit auch leid tut, so. Das ist einfach komisch immer noch, ne. Ich schlachte ihn natürlich jeden Tag, aber gerade auch, wenn ich einen schönen großen Fisch habe, so zu Weihnachten, wären gerne bei uns zumindest so 10 Kilo, also ab 10 Kilo Karten gerne genommen von den Kunden. Das Tier hat dann auch wirklich schon ein hohes Alter erreicht und das sollte man immer mit Respekt behandeln, egal in welchem Beruf mit Tieren gearbeitet wird. Also wenn man da manchmal so Sachen sieht, dann denkt man sich so, oh Gott, oh Gott, das haben die auch einfach nicht verdient, ja. Und wir wünschen uns, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Metropolregion Hamburg oder auch eben in die Metropolregion Hamburg kommen, zu euch kommen und euch besuchen. Das ist jederzeit problemfrei möglich und da kann man sich, so wie ich jetzt auch, ein bisschen Informationen holen, denn es ist schon sehr interessant, was du da so zu erzählen hast. Ja, also es sind immer alle herzlich willkommen. Wir haben ja das ganze Jahr über hier Touristen, auch aus Bundesländern, die noch viel weiter weg sind, ne, als ihr jetzt. Von daher ist das hier jetzt auch keine Anfahrt und, ja, wir stehen immer zur Verfügung, ne. Manchmal darf man auch mitfahren, es sind auch schon welche mitgefahren, zum Reusen kontrollieren oder mal eine Bootsfahrt machen, ne. Das ist eigentlich, ähm, finde ich immer vom Fachpersonal, sich das alles erklären zu lassen, immer besser, als wenn man, ja, sich das in Tüchern irgendwie zurecht studiert dann. Toll, dass es diesen Beruf gibt. Und wie schön ist es, dass sie es auch weitergeben, dass sie es zeigen, dass man es erleben kann. Jetzt haben wir so viel Spannendes, Wissenswertes zu frischem Fisch und frischen Garnelen gehört, aber ich wollte unbedingt auch nochmal die Sichtweise der Gastronomie hören. Und bei der Recherche bin ich auf zwei Jungs aus Lübeck gestoßen, die mittlerweile mit Fangfrisch ein kleines Gastroimperium in Lübeck aufgebaut haben und dabei ganz viel Wert auf regionale Produkte und Zutaten legen. Konstantin Teichert und Christian Wilken verfolgten eine Philosophie, die mich beeindruckt hat und deren Erfolg ihnen komplett recht gibt. Tristan schildert euch das in den nächsten Minuten eindrucksvoll. Ja, ich habe mit Konstantin vor ungefähr 13 Jahren mittlerweile studiert und im Studio haben wir zusammen eine Reise gemacht nach Istanbul und sind da im Bosporus langgelaufen und haben da die wackelnden Schiffe auf dem Bosporus gesehen und dachten, ey, so ein Fischbrötchen verkauft vom Wasser, das müsste es in Lübeck auch geben. Und durften dann zusammen einen Businessplan schreiben und haben genau dieses Projekt eben weiter verfolgt und haben dann nach dem Stürmen gesagt, jetzt müssen wir das auch machen und haben es dann auch versucht. Uns hat nicht so gut geklappt, weil wir schon daran gescheitert sind, dass es eben bürokratisch sehr, sehr aufwendig ist, sowas auf dem Schiff zu realisieren oder auf dem Boot. Und dann kam aber Konstantin nach ein paar Jährchen um die Ecke und hat gesagt, Mensch, da ist eine Ruine frei an der Untertrave, ich kenne den Besitzer, wollen wir das nicht zusammen an Land realisieren? Und nach ein, zwei Bier habe ich dann Ja gesagt und so ist das entstanden. Dann haben wir unseren kleinen Fischbrötchenladen an der Untertrave ganz nebenbei gemeinsam gegründet. Abseits unserer normalen Berufe, ihr habt zusammen studiert. Was habt ihr denn studiert? Was ist denn euer normaler Beruf? Genau, also unsere normalen Berufe sind tatsächlich betriebswirtschaftlich, deshalb wir haben zusammen BWL studiert, leben unseren eigentlichen Berufen. Konstantin hat damals noch in einem Reinigungsunternehmen gearbeitet. Heute ist er selbstständig und vermietet Ferienwohnungen in der Lübecker-Ellenstadt, das macht er auch immer noch. Und ich habe viele Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet, dort im Vertrieb und habe das auch noch die ersten drei Jahre so 40, 50 Stunden die Woche gemacht und nebenbei in Anführungszeichen Fangfrisch gegründet. Und so nach drei Jahren hat natürlich auch mein Arbeitgeber erkannt, Mensch, das ist jetzt nicht mehr so ganz nebenbei. Und hat mir dann die Entscheidung abgenommen und das war auch gut so, denn wir sind damals ja gewachsen, sind größer geworden. Und seitdem bin ich in Vollzeit für Fangfrisch da und Konstantin sicherlich 80 Prozent seiner üblichen Arbeitszeit für Fangfrisch und anders geht das auch nicht mehr. Und gleichzeitig hatten wir natürlich von Anfang an einfach ein super Team an Bord, die uns unterstützen und uns das operative Geschäft, uns im operativen Geschäft den Rücken freihalten. Eine erste Restauranteröffnung 2018 mit nur zwölf Sitzplätzen, das hat sich mittlerweile aber ganz schön entwickelt. Ein bisschen, kann man sagen, ja. Das ist ein bisschen eskaliert die letzten Jahre. Wir haben schnell gemerkt einfach, dass die Gäste natürlich Lust auf Gerichte haben und hatten auch von Anfang an einen super Koch dabei, der dann auch die ersten Gerichte auf die Karte gebracht hat und hatten halt immer mehr Gäste, haben alles vollgestopft irgendwie in dem kleinen Laden nachher mit Tischen, sodass wir dann ein paar mehr Leute reingekriegt haben und hatten dann das große Glück, dass das nachbarsfrei wurde und haben da dann die Wand durchbrochen und konnten dann halt noch einen größeren Bereich dazunehmen. Und so sind wir mittlerweile im Sommer, wenn wir den Außenbereich offen haben, bei fast 100 Sitzplätzen und haben noch diverse andere Standorte sogar mit dazu bekommen die letzten Jahre, sodass wir jetzt schon ein richtiges Unternehmen mit über 70 Mitarbeitenden sind. Das ist eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Und alles einer Schnapsidee mehr oder weniger geschuldet. Und jetzt seid ihr bei Fangfrisch und mit Fangfrisch und den anderen Unternehmungen, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, seid ihr sehr, sehr erfolgreich. Was macht denn Fisch aus? Denn wir beschäftigen uns in dieser Folge ja mit der Kulinarik aus der Region und ihr habt euch für den Fisch entschieden. Warum? Ja, also grundsätzlich war es natürlich erstmal die Idee, dass wir gesagt haben, gut, Fischbrötchen von einem Boot auf der Trave. Da ging es gar nicht so sehr darum, dass wir gesagt haben, Mensch, das muss unbedingt Fisch sein, sondern die Idee war halt einfach, tatsächlich das in Lübeck zu machen. Wir essen beide sehr, sehr gerne Fisch, das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Und für uns war es von Anfang an wichtig, dass wir nur Produkte verkaufen, hinter denen wir auch zu 100 Prozent stehen. Das heißt, alles, was es bei uns im Restaurant gibt, essen wir selber sehr, sehr gerne und wissen genau, was da drin ist. Und ja, es steckt einfach super viel Leidenschaft und Herzblut da drin. Und es ging nie darum, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen das, das ist die große Idee, damit können wir ganz viel Geld verdienen und so weiter. Sondern es war einfach, wir wollten einen coolen, hippen Fischbrötchenladen in Lübeck machen und hatten da einfach Lust drauf neben unseren Hauptberufen. Und haben dann halt angefangen zu gucken, Mensch, was setzen wir denn da jetzt für Zutaten, für Produkte und eben auch für Fisch ein. Und haben, ja, sehr, sehr lange gesucht am Anfang und sind dann schnell auch dem auf die Schliche gekommen, dass das ja gar nicht mal so günstig ist, wenn man gute Produkte einkauft. Und haben dann irgendwann einen Strich drunter gezogen und haben gesagt, Mensch, ja, so viel kostet das Fischbrötchen dann halt jetzt bei uns und kann das so sein? Und dann haben wir gesagt, ja, wir probieren das jetzt einfach. Das kostet ein bisschen mehr, wenn man gute Lebensmittel benutzt und auch guten Fisch benutzt. Und haben dann den Strich runtergezogen und gesagt, so ist es. Und das hat von Anfang an gut funktioniert. Die Leute sind den Weg mit uns gegangen. Der Erfolg gibt euch durchaus recht. Ist es aber auch bei den Menschen tatsächlich angekommen, dass gute Produkte einfach auch Geld kosten und dass man für gute Produkte einfach ein bisschen mehr auszugeben hat? Bei immer mehr Menschen, würde ich sagen. Also es ist natürlich eine sehr, sehr breite Bevölkerungsschicht auch da, die sich das teilweise einfach gar nicht leisten kann, auch wenn sie es vielleicht gerne würde. Und für die ist es natürlich schwierig, bei Lebensmitteln zu gucken. Gleichzeitig ist es in Deutschland ja sowieso über die letzten Jahrzehnte, würde ich fast sagen, ist so eine Mentalität entstanden, dass eben alles immer schön günstig sein muss. Und dafür, dass wir so ein wirtschaftlich starkes Land sind, sind Lebensmittel bei uns relativ günstig, kann man fast sagen. Es ist aber so, es gibt immer mehr Menschen, die einfach sagen, wenn ich essen gehe, was ja eh ohnehin die letzten Jahre immer teurer geworden ist, dann gehe ich halt lieber einmal richtig gut essen und gönne mir was. Ich packe dann halt zehn Euro lieber noch oben drauf, anstatt halt irgendwie so mittelgut oder schlecht essen zu gehen und halt irgendwie zehn Euro zu sparen. Und ich denke, Qualität setzt sich am Ende natürlich immer durch, aber hinter Qualität sollte halt auch immer irgendwo ein Konzept stehen, was einen fairen Umgang mit nicht nur den Lieferanten und den Partnern, sondern eben auch mit der Umwelt und den Gästen in sich trägt. Und nur so kann man eigentlich mit gutem Gewissen halt auch irgendwo erfolgreich sein. Jetzt sind wir in der Metropolregion gesegnet mit viel, vielen kulinarischen Köstlichkeiten, mit Schätzen aus der Region und wir haben auch ganz schön viel Wasser und wir haben durchaus auch Produkte aus der Region und da liegt ja ganz viel Wert drauf, oder? Genau, ja. Also man muss die Produkte natürlich erstmal finden und auch die Lieferanten finden und die sind nicht immer alle sichtbar. Da stecken teilweise auch einfach Menschen hinter, die mit ganz viel Herzblut und ganz viel Know-how Dinge angehen und Dinge machen, aber das sind vielleicht dann teilweise auch nicht die Leute, die sagen, hey, ich bin auch noch Marketing-Genie und bin überall präsent. Und teilweise sind die Betriebe halt auch einfach gar nicht so groß, dass man sie jetzt überall kennt. Und wir haben halt ganz schnell gemerkt am Anfang, dass es super wichtig ist, eben auch zu recherchieren und durch die Gegend zu fahren und sich umzugucken, mit Leuten zu sprechen. Und so sind wir halt auch auf kleine Unternehmen aufmerksam geworden hier in der Region, mit denen wir von Beginn an eigentlich schon zusammenarbeiten. Und ja, haben uns halt dieses Thema Nachhaltigkeit, Regionalität auf die Fahne geschrieben und sind seit zwei Jahren jetzt auch feinheimisch zertifiziert. Das ist eine ganz schöne Initiative hier in der Region, wo es eben darum geht, dass man mindestens 60 Prozent des Wareneinsatzes aus der Region bezieht und sind aktuell, glaube ich, sogar bei über 85 Prozent, die wir direkt aus der Region beziehen. Das geht nicht bei allen Produkten. Das wird schwierig bei Dingen wie Zitronen beispielsweise, die ja irgendwie auch ein bisschen zum Fisch dazugehören. Da tun wir uns noch ein bisschen schwer. Das wird die nächsten Jahre leider, kann man fast sagen, ein bisschen einfacher werden, von der dran zu bekommen. Aber beim Fisch ist es dann eben die Herausforderung, und das war uns von Anfang an auch nicht so bewusst, eben auch Lieferanten zu finden, die diese Mengen liefern können. Und je größer wir werden, desto größer ist auch die Herausforderung. Da sind wir halt auch immer auf Partner angewiesen, die Lust haben zu wachsen und ja, genau. Ein Teil dieser Podcast-Folge sind auch die Hansegarnelen. Auch das sind Partner für euch, Lieferanten von euch. Das ist auch eine clevere Idee aus der Metropolregion Hamburg. Das ist so ein kleiner Schatz, nicht wahr, den man ja auch erst mal finden muss. Definitiv. Also Hansegarnelen war für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner die letzten Jahre und ist es auch immer noch. Und wir sind damals dazu gekommen, weil wir eben gesagt haben, Mensch, Garnelen werden ganz, ganz viel nachgefragt. Mag ja auch jeder super gerne. Total schwieriges Produkt, kommt halt einfach zum größten Teil aus Übersee, aus Asien größtenteils und haben da nie was gefunden, was uns so richtig gepasst hat. Und sind dann damals auf Hansegarnelen aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, wir wollen das schön Garnelenteller machen mit euren Garnelen. Und dann haben die uns gesagt, ja, könnt ihr machen und haben uns den Preis genannt. Und ich glaube, wir lagen dann so bei unserem ersten Garnelenteller bei 40 Euro, hat er, glaube ich, gekostet auf der Karte und dachten halt, na, mal gucken, ob das jemand kauft. Und es hat erstaunlicherweise, muss ich wirklich sagen, sofort funktioniert. Und ich glaube, wenn man mal eine Hansegarniele gegessen hat, dann will man keinen anderen essen. Die sind so lecker und den Preis auch dann wirklich wert. Und wir waren ganz schnell einer der größten Kunden von Hansegarnelen, weil eben dieses Produkt eigentlich hauptsächlich in Privathaushalten oder halt in der Sternengastronomie eingesetzt wird, was eben auch ein sehr, sehr hochwertiges, gleichzeitig aber auch ein hochpreisiges Produkt ist und arbeiten halt super gerne einfach mit den Hansegarnelen zusammen. Wie ist es für euch, diese kleinen regionalen Erzeuger, also die Fischbetriebe zu finden? Wie viele Mühen investiert ihr da oder wie einfach ist es vielleicht ja auch für den einen oder anderen zu sagen, okay, da gucke ich mal, vielleicht ist da auch was für mich dabei. Wie jetzt zum Beispiel die Hansegarnelen. Wie schwierig ist es? Ja, also es ist schon eine sehr große Herausforderung. Es kommt definitiv mal vor, gerade so im Bereich Gemüse, dass Landwirte auf uns zukommen und sagen, Mensch, ich habe hier Kartoffeln, wollt ihr die nicht in eurem Restaurant benutzen? Im Bereich Fisch ist das in den letzten sechs, sieben Jahren kein einziges Mal vorgekommen, dass jemand bei uns vor der Tür stand und gesagt hat, ich möchte euer Lieferant werden. Und wir sind ja nun mal wirklich nah eigentlich an Travemünde, an Liendorf, wo eben auch kleinere Fischer anlegen. Aber da fehlt einfach die Vertriebsstruktur, glaube ich, auch irgendwo dahinter. Das wird jetzt ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, dass die Leute auch wieder dazu übergehen, regional zu verkaufen. Gleichzeitig ist es eben auch so, wenn man eine Gastronomie verkauft, das ist natürlich für einen Fischer gegebenenfalls ein bisschen unattraktiver, als an den Touristen aus dem Ruhrpott zu verkaufen, der ja auch einen ganz anderen Preis dann vielleicht zahlt in dem Moment. Aber ich denke, wir machen das ganz gut. Also wir fahren natürlich durch die Gegend und besuchen diverse Lieferanten und sind da sehr rührig. Gutes Beispiel ist jetzt gerade, wir arbeiten seit neuestem mit einem Unternehmen zusammen, das heißt Holzenkaviar. Das ist eine kleine Fischzucht in der Nähe, die Störe züchten und eben daraus Kaviar herstellen. Und unser Chefkoch hat am Anfang zu denen gesagt, Mensch, bring uns doch mal ein paar Dosen. Und dann haben wir gesagt, was heißt denn ein paar Dosen? Ja Mensch, dann nehmen wir erstmal nur 15. Und für die war das ein Riesensprung. Die haben gesagt, boah, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das produziert kriegen und wie wir das hinkriegen. Und für uns war es aber irgendwie ein cooles Erlebnis, einfach nochmal zu merken, Mensch, wir können auch natürlich so kleine Unternehmen dabei mittlerweile sogar schon selber unterstützen, zu wachsen. Und das war irgendwie ein gutes Gefühl, zu merken, dass das auch was Tolles bewirken kann, wenn man dann eben als mittlerweile etwas größeres Unternehmen bei solchen kleinen Unternehmen anfasst. Also wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch dazu bringen, auch bei euch, bei Fangfrisch oder einem der anderen Unternehmungen, auf die ich gleich noch komme, auch mal vorbeizuschauen. Aber wir wollen natürlich auch ermutigen und sagen, ja, schaut euch in der Metropolregion ruhig mal um, weil es gibt eben diese kleinen Schätze, die du gerade ja auch angesprochen hast, dass man da vielleicht auch mal direkt hinfahren kann. Weil wenn du sagst, die Vertriebsstrukturen sind nicht da, naja, neugierig sein ist da natürlich auch das Gebot der Stunde und mal Neues zu entdecken. Also es gibt sie durchaus. Genau. Und es gibt ja auch immer Zufälle. Ich glaube, wir hatten vor einigen Jahren die Situation, dass es dann mal mit dem Dorsch nicht mehr so gut lief und dass eben herauskam, dass der Dorsch eine Pause braucht. Und das war eigentlich so unser Hauptfisch, den wir für Backfisch und so weiter natürlich benutzt haben. Und dann kam jemand bei uns essen und hat gesagt, Mensch, ich habe eine Welszucht und probiert das doch mal aus. In Berlin läuft das schon total gut und ich würde euch mal Wels vorbeibringen aus meiner Kreislaufanlage hier in der Nähe und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Durch solche Zufälle finden wir manchmal eben auch zusammen. Und seitdem gibt es bei uns halt Backfisch mit Wels. Schmeckt wunderbar und ist einfach ein super tolles Produkt. Ganz heißer Tipp, glaube ich, auch für die Leute zu Hause. Einfach auch mal in der Gegend gucken. Es gibt super, super viele leckere Süßwasserfische. Es gibt Fischzuchten auch im Land. Und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten von Überfischung und so weiter ein ganz, ganz wichtiger Part, dass man eben auch da mal an Land guckt, was es da so an Fisch gibt. Ein ganz schöner Hinweis an dieser Stelle. Und deswegen gebe ich jetzt auch gerne nochmal den Hinweis, dass ihr ja eben nicht nur das Stammhaus sozusagen fangfrisch habt, sondern du hast das eingangs gesagt, ihr seid gewachsen und gewachsen. Also wie breit ist denn euer nicht nur Produkt, sondern Gastronomieportfolio mittlerweile? Genau, also das Restaurant ist immer noch das Herzstück unseres Unternehmens. Und wir haben dann nach ein paar Jahren den Kiosk auf dem Drehbrückenplatz dazu bekommen, wo wir eben jetzt unsere Fischbrötchen verkaufen. Das ist ein Außenverkauf mit einer Wassertreppe, wo man schön in der Sonne sitzen kann. War auch ganz wichtig für uns natürlich in der Corona-Zeit, weil wir nach draußen verkaufen konnten. Das war natürlich toll und die Leute in der Sonne sitzen konnten mit ein bisschen Abstand. Wir haben einen Foodtruck, den wir auf Events einsetzen. Auch das in der Corona-Zeit als Idee geboren, quasi den Corona-Regeln hinterherzufahren und eben dort außenverkauft zu machen, wo man es machen konnte und auch durfte, wo es auch sicher war. Und haben in der Corona-Zeit auch einige unserer Produkte, unseren Glühwein, den wir ursprünglich für den Weihnachtsmarkt vorgesehen hatten, der dann ja in die Stadt gefunden hat, in die Supermärkte gebracht. Und sind mit unseren Produkten Spirituosen und Glühwein mittlerweile über 80 Supermärkten in der Region. Das ist unser Matrosenpunsch ganz vorne mit dabei. Und haben auch schon seit Jahren unser eigenes Pilz in unserem Restaurant, was wir immer von Kollegen brauen lassen haben. Und seit letztem Jahr tatsächlich auch unsere eigene Brauerei, wo wir eben unser eigenes Bier brauen. Also mittlerweile echt sehr vielfältig. Dann natürlich noch einen eigenen Online-Shop und wirklich den Place to be in Lübeck, das Bootshaus Mali, wo man an der Wagen jetzt am Wasser im Liegestuhl ganz entspannt einfach ein Bino und ein Fischbrötchen haben kann. Und das ist halt super cool. Die Sonne geht da unter, man guckt auf die Stadt und kann einfach die Natur auch ein bisschen genießen. Ja, ganz, ganz schöne Ideen, die ihr ja dann auch jetzt praktisch ausgepackt habt und weiter voranbringt. Das Bier heißt, glaube ich, Moinsener Brauerei, ne? Genau, richtig. Die Brauerei heißt Moinsener Brauerei und das Bier heißt auch Moinsener. Und muss man sagen, ist auch in der Bierlaune entstanden, der Name. Ich glaube, Konstantin und ich haben uns da so eine Welt gesponnen und haben gesagt, Mensch, das Dorf Moinsener. Wir haben uns so ein bisschen von Bürtenbader inspirieren lassen, natürlich. Und fanden das einfach total witzig, ein ganz klassisches norddeutsches Pilz wirklich zu machen, was auch ein bisschen herb ist. Und das ist wirklich so. Wir haben gesagt, wir wollen nicht das Next Craft Beer mit Sour und einem Pipapo sein, sondern wir wollen wirklich ein ganz geradliniges nordisches Bier machen, das eben auch in unser Konzept von nordischer Gradlinigkeit irgendwo reinpasst. Und ihr seid ein schönes Beispiel dafür, dass man durchaus auch in diesem Segment, das ja nur wirklich schwierig ist, Gastronomie, zum Teil auch gehobene Gastronomie, große Probleme haben kann, sondern dass es funktioniert, wenn man eine schöne Idee hat, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, wenn man ihnen sagt, woher die Produkte kommen. Und ja, dass es durchaus auch lohnt, für Essen mehr Geld auszugeben. Ja, definitiv. Also das lohnt sich immer. Und ich glaube, man sollte halt immer gucken, dass man seine Partner auch danach aussucht, wie fair sie eben mit Gästen, mit der Crew und eben auch der Umwelt umgehen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und man merkt halt auch einfach bei uns im Unternehmen, unsere Mitarbeiter und Kollegen, die stehen einfach zu 100 Prozent der Produkten, die haben einfach Spaß an ihrer Arbeit und daran eben auch diese Produkte zu verkaufen. Und das bewirkt natürlich auch ganz, ganz viel. Ja, wir freuen uns über jeden Gast. Unser Credo ist, jeder Gast wird behandelt wie ein Freund. Und dementsprechend freuen wir uns auch einfach über jeden Besuch. Und selbst wenn man mal im Bootshaus eben nicht bei uns was einkauft, sondern sich einfach in den Liegestuhl sitzt und die Sonne genießt, ist für uns völlig in Ordnung und macht uns auch total viel Spaß. Nach so vielen Informationen über Fisch und das Reden über Essen habe ich jetzt richtig Hunger bekommen. Ich fürchte ja auch. Dann schaut euch beim nächsten Einkauf oder dem nächsten Restaurantbesuch auch mal um, ob es nicht auch nachhaltigen Fisch aus der Metropolregion gibt. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Übrigens, Einfach mal raus hat noch viel mehr zu hören. Lasst euch von uns inspirieren. Jeder einzelne Podcast ist mit viel Liebe und Neugier für euch zusammengestellt. Und jedes Ziel eine Reise wert. Das habe ich vorher so auch nicht erwartet und es wird euch ganz genauso gehen. Das war's für den Moment. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge Einfach mal raus. Bis dahin abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl und schreibt uns gerne auch eine Bewertung und gebt uns Sterne bei iTunes. Und empfiehlt uns, schickt eure Familie oder Freunde auf eine kleine akustische Reise durch die Metropolregion Hamburg. Ich freue mich auf den nächsten Ausflug mit euch. Bis dahin. Das war Einfach mal raus. Der Podcast für Kurzreisen und Ausflüge in der Metropolregion Hamburg. Die schönsten Geschichten und besten Tipps für die Auszeit vom Alltag. In Zusammenarbeit mit den Ausflugsregionen der Metropolregion Hamburg.